Kommen wir aus dem Wald, Jochen. Hier geht auch noch einiges. Da geh ich. Wo? Gerade hoch. Okay. Da, 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 da. Rechts, 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 rechts. Ah, da. Okay. Hab ihn. Geil. Jochen, da kommt ein Cliff. Weiter rechts. Von dir aus gesehen rechts. Nein, gerade runter ist es Cliff. Du kannst rechts oder links fahren. Aber gerade ist es Cliff. Nee, es ist wohl um null. Ich habe es jetzt nur hier von der Seite kommend gesehen. Ich habe mich nur wegen den Bäumen dazu entschieden, zu dir zu kommen. Ich hätte es nicht gesehen. Ja, bei uns, bei uns bleiben, bei uns bleiben. Ja, ja. Okay. Sehr gut. Wie habt ihr das Cliff gefunden?